Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spiele ich mit einem PSN Freund von mir, der hat zu mir gesagt, komm YouTube Gamescom auf der PS4, erwähne mich mal in deinem Video und ich habe gesagt, okay, mache ich mal und da ist er, warte, da sieht man seinen Gamertag, X50 Hunter 67X, könnt ihr gerne adden und ja, der Hauptgrund, warum ich jetzt auch noch hier drin bin im Waffenladen ist, weil ich noch Munition brauche, weil ich wieder alles verschossen habe, hier seht, meine Kohle wird immer weniger, 217.000 Dollar, 216.000 Dollar, ähm, ich habe meine gepanzerte Limousine verkauft und diese Gegenstände sind nicht verfügbar, hier Kompaktgewehr holen wir uns noch und noch so ein Teil, ach, wir haben ja die Kohle hier, noch eine Rakete und ja, mehr brauchen wir nicht, dankeschön. Ja, moin moin, und wir gehen mal raus. Fuck, da ist wieder dieser Homo, da ist der Homo. Komm zu mir. Ciao, bam. Ja, hier ist eindeutig widerlegt, dass der Kuruma nicht gepanzert ist. So, Okay. Wir machen heute mal so ein kleines Let's Play, einfach mal ein bisschen Chaos anrichten, hier mit meinem PSN-Freund. Und jo, viele Kills machen, ich habe ja ganz neue, ganz neue Waffen hier. Hier dieses Kompaktgewehr, das schauen wir uns mal an, in der First Person Ansicht. Ja, das ist eindeutig, das sieht aus wie meine Kalaschnikow. Schöne Waffe. Aber ich sehe ein bisschen komisch aus, in der First Person Ansicht. Egal. Es gibt so ein paar Themen, die ich mit euch hier noch besprechen möchte, die meinen YouTube-Kanal, ähm, ja, äh, betreffen. Und zwar, ähm, euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass auf YouTube bei mir, ähm, wirklich manchmal Videos kommen, wo ich extrem ausraste und extrem, äh, dünnschisslaber. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich sehr oft Satire mache. Satire aufs Übelste. Das heißt, alles, was ich dort sage, ist nicht ernst gemeint. Zum Beispiel das, äh, das mit Tanzverbot, das mit Open Mind, ähm, das ist alles nicht ernst gemeint. Das war alles mit Open Mind abgesprochen, was da war mit dem Drogen-YouTuber, was ich da erzählt habe. Und, äh, ich habe auch die Erlaubnis bekommen von ihm, dass ich diese Satire machen darf. Ne? Und natürlich, ihr wisst nichts davon. Plötzlich ist YouTube Gamescom wieder normal in einem Video. Redet ganz normal. Und im anderen Video regt es sich über die geldgeilen YouTuber auf. Mensch, das ist Satire. Aufs Übelste. Und, äh, ja, die mache ich auf YouTube weiter. Das ist auch ein Teil von meinem Kanal. Mir macht das Spaß, ähm, diese Satire zu machen. Einfach hier diese, diesen Spaß zu machen. Einfach, ähm, ähm, äh, ja, manche Leute haben es gerafft, dass es nicht ernst gemeint ist, was ich sage. Aber manche Leute sagen, oh, was ist denn mit der junge Zocker los? Was hat der denn genommen? Was macht der denn? Ist der krank? Nein! Marschallah. Nein! Ich bin nicht krank! So, egal. Auf jeden Fall wird es Projekte mit Tanzverbot geben. Guck, zum Beispiel so ein Spruch. Es wird Projekte mit Tanzverbot geben. Natürlich wird es keine Projekte mit Tanzverbot geben. Äh, es ist einfach so, dass ich das gerne mache, äh, zu provozieren auf YouTube. Und das mache ich schon lange. Und, ja. Hehe. Mir sind die Dislikes ja egal. Äh, ich bin einer der ganz wenigen YouTuber, die im Dislikes überhaupt nichts ausmachen. Überhaupt nichts. Nicht mal ein bisschen. Du machst kein, was? Du machst kein. Du machst kein. Ich verstehe gerade gar nicht. Du machst kein. Du machst kein. Was? Du machst kein. Old Zocker. Was? Du machst kein? Was meinst du, du Old Zocker? So, jetzt pass mal auf, was ihr jetzt alle macht. An alle Abonnenten. Jetzt geht ihr alle mal auf die PS4 und schreibt xd, äh, xd, lolzocker, xd1, du machst kein. Und, äh, schreibt ihm alle mal ein Fragezeichen. Alle mal ein Fragezeichen schreiben. Oh, was er da mit meint. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh, nein. Der Helikopter hat keinen Pilot mehr. Schnell aussteigt. So, ein Steuerknüppel bis hier nach vorne und dann könnt ihr einen Link-Suite machen. Zack. Genau. Oh, ich habe kein Fallschirm. Nein, äh. Scheiße, das war ja mal scheiße. Krasse scheiße. Oh, okay, Leute. Das war es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euter Gamescom auf der Playstation 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und, wen gibt es noch zu grüßen? xd-lolzocker, xd1, äh, mein YouTube-Kanal ist der junge Zocker. Und, wen gibt es noch zu grüßen? x50-hunter, 67x. Und, ja. Das waren, glaube ich, alle. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Euter Gamescom auf der Playstation 4. So, und ciao. Allah Akbar.